Okay. Hintertür wird gescannt. Oh Gott, ich kann es immer noch nicht fassen, dass... Ich habe gedacht... Was habe ich gedacht? Wer Bürgermeister werden könnte? Ähm, nicht wer, sondern wer Vorstand werden könnte. Ich hatte kurz an Dent gedacht. Ich glaube, es ist nicht so selten, also in Deutschland zumindest, dass vom Aufsichtsrat jemand von der Stadt mit in den Vorstand kommt. Äh, in den Aufsichtsratsvorsitz sozusagen. Oder allgemein in den Aufsichtsrat. Deswegen habe ich kurz an Dent gedacht. Äh, okay, okay. Das machen wir jetzt alles mal nicht. Ich habe keine Lust, da irgendwie nochmal mich heiser zu reden. Aber wir haben jetzt nur den Hauptbildschirm. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. All of this is potentially accessible. All of this? Lucius was very thorough. It means that they could have eyes and ears into almost everything in Gotham. Just like Batman. They had access to the GCBD, we know that. The real question is, what else they'd be interested in? Filter for possible targets based on known Children of Arkham activity. Okay, dann Arkham Asylum, Rathaus, hören wir erstmal zu. Oh ja, da hast du recht, Plus. Nein. Was gibt's hier noch? Äh, Gerichtsgebäude, GCBD. Wir hören hier beim GCBD erstmal zu. Scheiße. Na ja, es geht, ne? Natürlich ist das teuer und ich kann mir vorstellen... Für das GCBD wird's wahrscheinlich auch ne Weile dauern, bis die ganzen Funkgeräte umgestellt sind. Aber guck mal, wie von hier oben, ne? Wie hoch das nach unten geht. Okay, jetzt gucken wir uns nochmal Arkham Asylum an. Haben wir hier hinten noch was? Haben wir sonst haben wir nichts mehr hier irgendwo? Okay, dann gucken wir uns nochmal die Aufzeichnungen vom Rathaus an. Oh ja. Theodor Cobblepot? Theodor Cobblepot? Hm. Es ist der Vater von Oswald, oder? Das beantwortet meine Frage. Nun gut, also total verworren gerade wieder. Ein bisschen technisch alles, Rathaus, 18.07. Guten Tag, wir sind der Bruce Wayne. Wir sind zwar arbeitslos, aber wir möchten bitte zum Dent. Dankeschön, meine Liebe. Sie sind überfordert, oder? Sie sind überfordert, oder? Sie sind überfordert, oder? Sie sind überfordert, oder? Sie haben mich direkt aus meiner Haut. Sorry. Es war meine Schuld. Ich werde sicher, dass ich mich überfühlen werde. Nein, nein. Es ist okay. Es ist nicht du. Es ist nur... ... meine nerves sind ein bisschen schade. Nein, Max. ... ... ... ... ... ... ... ... Sie hassen Bruce. Nicht Dent. Ja. 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 Ich wusste es. Sie sind bereits auf der G.C.P.D. ... 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 Ja. Das ist unser Part wahrscheinlich. Wir dürfen gucken, was... Wir können uns jetzt wahrscheinlich umgucken. Das ist unser Part, wollte ich sagen. Genau. Ja, dann gucken wir uns mal die Leiche an. Scheiße. Hier sein Arm. Durch den Mund? Leider. Dafür kannst du sagen, dass wahrscheinlich ein Familienvater gestorben ist. Floppa? Das Spot ist ziemlich marked. Dort müssen wir mit den Schwalenystemen hätten. Was der G.B.? ... ... ... ... ... ... ... Timer ist set für 27 Minuten und 13 Sekunden. Von jetzt? Die Zahlen sind nicht weitergegangen. Sie sehen, dass sie noch nicht mehr aufhören können. Das ist wie sie aufhörten ihre Route. Alfred, welche Stationen sind in einem 27-Minuten-Train-Ride von diesem Depot? Ich schaue in die Transportation-Database jetzt. Sir, da ist nur eine. Mercy Street Station. Das ist einer der Busiest-Placen in der Stadt. Thousands of people go in und out every hour. Okay, ah, da gucken wir uns trotzdem noch mal weiter um. Ach du Scheiße. Haben wir noch irgendwas, was wir uns anschauen können? Oh, hier. Da hat ja mal ein Chemiker gespielt. Aber nicht gut. Das war's. Ist das noch ein Wirkstoff? Okay, was ist hier? Oh. Ach du Scheiße. Oh shit. Wahrscheinlich nicht. Oh ja. Okay, dann verbinden wir den Waggon mal. Kommen wir hier durch? Den Waggon verbinden wir mal mit der Mercy Street. Ja, du Blitz. Du Blitzmerker. Äh, chemischer... Sag mal. Chemischer Wirkstoff verbinden wir mal mit dem hier. Okay. Und dieses Zeug, das ja verfeinert worden ist, verbinden wir mal mit dem hier. Ich denke, er hat's eingeatmet. Als Testperson, ne? Oder? Ja. Von der Haut. Die Kinder von Arkham must have found a way to weaponize it. Mit einer Drogen, die kann absorbent into Skin, wird es ein paar Millionen von Menschen verletzt. Sie laden die Modified Drogen into the tanks on the traincars, dispersing it through the Sprinklers. Die Timers sind bereit, wenn es in die Leute verletzt wird. We have prepared to contain something of that scale. Releasing a drug like that in so populated an area would be devastating. They could infect the entire city if they had enough. Thankfully, there wasn't enough of the chemical to mix with the rest of the stockpile of drugs. Da ist ein Trenn kommt. Geh auf!